Das mit dem Niederstrecken läuft hier echt gut. Wir kommen dich holen, Dragonlord. Hahaha, Narren! Eure Heldengruppe hält mich nicht auf. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Projekt, auf das ich mich schon ganz, ganz, ganz neu gefreut habe. The Reunion ist wieder da. Ich bin nämlich nicht alleine. Hallo, Opelix. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen, gute Nacht. Hallo, Stormy. Hallo. Was spielen wir denn schönes? Was machen wir? Erzähl mal. Wir filmen, wir filmen, wir filmen, wir filmen, wir filmen. Okay. Ja, klingt doch gut. Ja, also, wir spielen nämlich Tiny Tina's Wonderlands. Und, ja, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Zack, auf, was wollen wir denn? Entspannt, ausgewogen oder heftig? Achso, warte mal. Neues Spiel, ausgewogen, würde ich sagen, oder? Ausgewogen, ja, würde ich auch sagen. Und kooperativer Loot. Jeder im Spiel findet seine Eingebäute, jawohl. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands, geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und gut. Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du. Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgiebst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritt ist das Rapper. Hier strecken die Unfoten nieder. Oh ja, genau. Das mit den Niederstrecken läuft hier echt gut. Wir kommen dich holen, Dragonlord. Ha, 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 Narren. Eure Heldengruppe hält mich nicht auf. Ich habe... Wow, ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da, ha? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raust. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert. Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Rogen werden brennen. Babys werden heulen. Wer sonst? Meine Skalette werden über das Land herfallen. Ha, 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 ha. Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an. Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt sterb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie... Ein Wien. Ein Wien? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der... Knisterkragelkriegel! Es ist... Königin Aschgau! Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von all! Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bunkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunker-Master. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant, zwei Horn namens Aschgau, das alle rettet! Hm. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Vallelein, aber es muss doch spannend sein! Also, weniger labern, mehr Dragonlord! Aschgau! Du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, aber dieses Mal gewinne ich! Aber Aschgau hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnen im Schwert! Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch, Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt! Fürs Erste! Einleitung abgeschlossen! Also, wir hatten uns doch ein Wann-Spiel! Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei! Ich liebe Bunkers and Badasses! Mein Charakter ist schon auf Level 50! Ne, 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 ne! Es gibt ganz neue Charaktere! Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer! Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! So, ich bin in der Charakterstellung. Wie ist es bei euch? Ich auch und ich dachte, hier hätte viel zu früh angefangen. Ah! Ich bin im Charakterbildschirm. Oh, juhu! Ne, jetzt! Okay, was haben wir denn da? Wir haben Kilomantin, Klauenbringer in, Zauberschuss ohne in, Frech! Grabspross ohne in, und Sporenhüter in und Berserker in Ah ja, also ich spiel den Pestrufer in Ah, Pestrufer kann ich gar nicht wählen Oh, dann hast du das DLC dazu nicht, Frech! Ja, Schweinerei, warum hab ich das DLC nicht? Ja, warum hast du das DLC nicht? Ich hab's auch nicht, keine Sorge Okay Nein, ich hab das DLC nicht! Oh mein Gott, wir werden sterben! Ich habe Knutschelippen jetzt Augenbrauenwippen, ja, wirst du mich verarschen! Ja, ja, du kannst dir halt richtig, richtig viel machen! Ja, leck mich am Zickerli! Okay, das hätten wir dann jetzt auch Gesichtsdekoration! Ja, klar, weil wir haben ja nicht genügend Einstellmöglichkeiten! Ne! Ich sehe wahrscheinlich meinen Charakter eh nie aus im Ladeschirm oder so Äh, das ist richtig! Hahaha! Ich glaub, ich nehm die Schulken-Alchemistin So, nämlich Zack! Du bist einst durch deine fantastische Welt gekrochen Um deine Taschen mit allen Kerzen und Käse-Stück zu füllen Aber das bist doch du! Was? 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 Der Ex-Inventar-Horter! Das bist doch eindeutig du! Ja, das ist richtig! Die du finden konntest! Du hast den Müll abgesprochen Nur doch nun richten sich deine Augen auf Werkzeuge der Zerstörung Und ihre leuchtenden Beutestrahlen So, ich könnte schon auf Start drücken Das heißt, ich warte jetzt mal auf euch Oh, ich kann auch noch... Ja, Mensch Ach nein! Hahaha! Darf ich anmerken, dass man später wieder an so eine New-U-Station kommt Weiß nicht, wie die hier genau heißt in dem Spiel Aber die gibt's auch Und da kann man dann noch die Emotes einstellen Banner anpassen und so Also wir sind dann noch nicht fertig bis in alle Ewigkeit Ich war nicht schon mal vor, Stormy Mhm, 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 mhm Viel Zeit ist um! Okay, ähm, Valentine Hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden Und ich bin mein eigener Held Okay, und Fred, steht da Dein erstes Schwert verursacht Mörder tausend Schaden? Mein Fehler Ich hab ne null vergessen Okay Neuer Plan! Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr Und würfeln schon gar nicht! Jetzt liegt's an dir, Neuling Du bist ein Schicksalsbringer Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich Also gut Ich rate dir, ein Badass zu sein Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin Halte dich an mich Und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein Ach ja, eine letzte Sache noch Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme, kapisch? Gut, dann lass mal hören Äh, ich will nicht wirklich eine Heldenfigur sein oder so Ich schlag nur die Zeit tot Bis tot mich umarmt Hm, lecker Jetzt macht euch bereit Eine Welt der Fantasie zu betreten Äh, ich seh überhaupt nichts Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter Siehst einfach die Augen Und wundert euch Ihr seid im Schlummertal eingetroffen Einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königin Raths Die, ein dunkles Geheimnis birgt Ta-ta-ta-tan Ihr seid bald gereist, um hier zu sein Hört auf den Ruf der Königin Höchst selbst Hm, die Königin Höchst persönlich Was könnte sie von uns wollen ? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragon Lords Ihr müsst sein Grab finden und soll ihr Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Äh, hier ist ein Übersichtsblatt mit gesundheitswertener Karte und so Zeug. Cool. Dann könntet ihr jetzt mal im Spiel beitreten. Tina hat mir erklärt, wie dieses Spiel hier funktioniert. Und jetzt bin ich voll der Profi. Okay, warte. Da muss ich jetzt zu dir. Da, hier. Bei sozial. Ja. Sei mal so sozial und kommen sie bei mich bei. Guck mal, derzeit hier nach Loot. Ja, super. Die ist schon wieder hier, ne? Äh, ja, ich nehme den Kollegen hier. Ja, Mensch. Es gibt wieder Loot, das ist ja fantastisch. Ja! Loot! Ähm. Muss ich ja auch noch mit der Stimme sprechen, oder wie? Nicht, ähm. Also, nee, nee, sie hat gar nichts. Wunderschön bist du, Jan, du bist wunderschön. Und du hast die gleiche Frisur genommen wie ich. Hallo, Stormi! Na? Hallo! Lass dich begutachten. Na, ich... Aha, ein Elfe. Hm. Was macht er hier? Ähm, ich bin auf der Suche nach Elfe und mache Zwölfe. Ich geh. Ciao. Sollen wir ihr folgen, der werte Dame? Äh, mach das, aber guck mal, was ich hier gefunden hab. Hier ist ja eine Quest. Quest! Was? Was steht denn hier? Oh. Auf in neue Abenteuer. Aha. Nach langer Zeit verspüre ich den Drang nach neuen Abenteuern und suche eine lustige und mutige Heldengruppe, der ich mich anschließen kann. Hä, das ist doch voll was für uns, oder? Der sucht schon. Der redet von lustig und mutig. Ey, nein, ich nehm die jetzt an. Hier, zack, annehmen. Was? Wo? Was? Du weißt nicht, was es ist? Ist mir egal, ich hab die jetzt angenommen. Ich nehm an, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube auch. Das ist, die werden alle sterben. Die werden sterben. Na, irgendwie jemand, irgendwas ist hier passiert? Hä? Was ist hier passiert? Guck mal da hinten! Ein Geist! Boah! Was denn da los? Jemand hat meine Quest angenommen, ich danke euch. Ja, aber gerne doch. Wer sind denn Sie? Ich bin der Sir Racht-Parat. Boah! Es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Cooler Name, hallo, hallo. Tacho, äh, äh, sie sucht eine, eine, eine mutige Gruppe. Ja, und, äh, nach langer Zeit möchte ich mal wieder meine Abenteuersachen rausholen und... Ja, aber dann, dann, ich glaube, wir sollten Sie weiter suchen. Weil, ich hab Angst vor Ihnen. Aber, ihr habt meine Quest angenommen. Ja, sie hat angenommen. Ich bin dafür. Ich hab's, ich war dagegen. Ja, das ist mir egal. Es fehlt nur noch einen Satz. Was machst du denn hier? Ja, äh, kurz, um das zu erzählen. Der liebe Sir Dracht-Parat wird uns nämlich hier auf diesem tollen Abenteuer begleiten. Und er freut sich, ja! Freude, Freude. Dann, würde ich doch sagen, ziehen wir mal los. Aber wieso hat der Waffen der alte Held? Ja, der war noch schon auf Abenteuern. Ist doch klar, dass er schon ausgerüstet ist. Oh, man kann rutschen. Sehr gut, ich bin schon dabei. Gibt's hier auch, äh, draufhauen? Nee, ich schaff nicht, ne? Die Granaten gibt's nicht. Nein, Granaten gibt's nicht. Das... Ihr habt Zauberweter, ja. Ja. So, oh. Oh. Aber darf ich... Nein. Ich habe keinen guten Tee von ihm kochen. Darf ich jetzt reden? Nein. Ich wollte nur sagen, wie hübsch das hier ist. Oh, höre ich richtig, dass es da eine Waffe für uns gibt? Ja. Wie kann man die benutzen? V. Ihr seht in der Nähe eine überwucherte Höhlenöffnung. Wenn die magischen Höhle durch die Höhle führen, kommt die Felsdecke dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainiere deine Po-Bahn. Und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du um wie ein cooler Actionheld. Gibt's ja nicht. Das... Slider! Ja, rutschen! Sag mal. Das sind doch Pferde-Fußspuren hier, ja? Oder ein, zwei Horn. Was weiß ich, ne? Ja. Was ist denn das für ein Laufstil da? Man könnte das damit erklären, dass sie eigentlich nur eine Spielfigur ist. Und Spielfiguren oder so Püppchen nimmst du ja oft hoch und setzt sie dann einfach wieder auf den Boden. Nimmst du wieder hoch und setzt sie wieder hin. Und dann passt das. Ja, das stimmt. Okay, ja. Ja, das ist schon was. Die macht so. Ja. Ein weiterer Wegstein weiß nicht den Weg. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwacken den Kratten vorbei. Ja! Endlich ein Kampf! Töten wir sie! Juhu! Zwacken! Sie sind so zwacken! Zwack! Zwick! 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 Ems! Zwick! 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 Sie haben die Kratten besiegt! Zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch! Juhu! Sehr gut! Hier unten, hat was. Was? Was? Hab ich sie jetzt unterbrochen? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das haben wir mal was ganz Neues! Wachs! Das ist dertober? Oh, ich? ja leider wirklich das sind die besten die königin regiert die wonderlands schon seit ich noch eine kleine spielerin war so wie ihr jetzt sie hat eure ankunft bereits erwartet und eine mächtige waffe für euch da gelassen die waffe von schicksalsbringern a nice gibt es ist eine knarre weiß es gibt knarren in einer fantasy welt das ist chinas fantasy baby ja sehr burgig ja dann bogen wir uns ihn mal oder ja dann ja würde ich doch sagen und jetzt gut ich darf nicht drücken ach ja du bist schon längst tot das kann ich das ist wirklich wirklich das kann ich jetzt mal looten tschüss ciao wir kämpfen mal so ich habe ich munition besorgt das war mal lieb von dir ja 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 aua heilige scheiße erfüllte zum dunklen herrkopf ich muss mich boten ja ja was auch immer das heißen mag da oben auf dem turm ist eine beutekiste holen wir uns die beute 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 treue diener des dragonlords verrate mir wo dein grab ist und ich mache ein skelett aus dir ich weiß okay also wir halten fest die npcs unterbrechen sich hier gegenseitig oh warte hatten wir ja hatten wir schon ja ja hätte ja denken können dass sie das mittlerweile mal verbessert haben aber wer bin ich schon das zu denken also ihr seid einfach zu schnell für diese welt ja ja oh nein wir sind ruiniert alles ist verloren sehr heldenhaft tina können wir die steine in die luft jagen tut mir leid das geht nicht nicht ohne sprengstoff sprengstoff sieg ich hab die hoffnung mir aufgegeben vor dir hört ihr das gebrüll von tosen im feuer und das kloppen von knochen wir wollen dass das dorf wurde längst zerstört und überall sind skelette oh nein dann wollen wir das dorf halt rächen pschiu okay der war super aber ich mag den schwister so gerne ne also mein gummi ist nicht so ganz so ne ne der gummi ist nicht so ne der gummi ist nicht so ne der gummi ist nicht so ne ich hab dich mit gummi aber das ist traurig das klingt jetzt falsch ich wobbel dir lass meine meine laune einfach an den skeletten hier aus so ja gut einfach mal skelette klatschen ja das ist okay ach ich finde dein wobbel gar nicht so schlecht möchte ich übrigens anmerken also der sieht schön aus ne wie er da so schwebbelt er ist am arsch könnten wir kommen machen war wir sind mal nicht so wir sind doch gute helden du bist ein schicksals bringer ich wusste die königin schickt uns einen helden das grab ist in der gruft unterhalb von burg peinstein du musst dich sputen sonst finden es seine schergen zuerst das grab liegt in einer gruft das perfekte versteck möge die gunst der königin auf deiner edlen quest mit dir sein danke was bringt mich um wie lässt du dir bitte deinen mann die ruine von buch peinstein liegt jenseits also wir haben da jemanden ja wir nennen das passiert schon mal was mein und tot flackert von meinen augen ich habe ja gar keinen ich habe gar keinen hier keinen keinen großen dicken mehr nee ich habe auch gerade überlegt und den gegner könnte ich jetzt aber mal festhalten kann ich nicht okay okay und was ist jetzt hier dann hören wir uns das doch mal kohlen im feuer mäntel am haken wein für die gäste schenkt ein mit den armen wo kenne ich nicht war ich noch nie nicht nur empfehlen der wein dort ist sehr gut wenn man mehr als eine schusswaffe hat kann man wechseln so bleibt es bekannt also tina darf ich nach dieser quest der bankermaster sein ich habe eine idee für eine kampagne es geht auch traurig gewesen ich habe eine krabumse mal hier sind krabumse gegner für deine krabumse ich habe mich selber getroffen die kann ja gar nichts dann das aber eine schöne krabumse gefunden warum geht die feste mal neben mir hoch ich bin gestorben ja ich habe das fast irgendwie neben mir hoch gejagt und ich weiß nicht mal wie ich das geschafft habe vielleicht habe ich das fast getroffen wer ist das ich kann ich nicht schon tolle dinge dann ich kann auch nicht tolle dinge warum nicht aber ich kann aber auswählen ach ja der letzte der peinblutlinie sitzt auf ihrem alten thron ihre knochen halten ein staubiges zauberbuch als würden sie auf ein schicksal warten dass ich nie also dieser ort ist echt mega düster ich liebe es schnapp dir das zauberbuch aber bruch weiß ich ja nicht ist das so smart wenn wir uns das jetzt einfach nehmen klar okay meine muse wie habe ich dich vermisst mit dem zauberbuch ausgestattet beherrscht ihr jetzt den ostzauber darin eis zauber sind besonders stark gegen untote sie haben kein fettiges fleisch um sich zu wärmen so wie kommen wir jetzt in die gruft hinein hier muss doch irgendwo ein eingang sein er ist versteckt wo könnte er nur sein tour ist ja ein tour warte 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 und ich habe hier ein peinstein eine schriftrolle eine herzogin zu sein ist scheiße meine diener sind scheiße und prophezeiungen ich scheiß drauf ganz genau weil sie scheiße sind meine familie folgt seit sechs generationen dieser blöden prophezeiung die peins müssen über diese lande wachen sonst erhebt sich das große böse erneut weißt du was diese lande sind scheiße mir reicht's nur noch eine mahlzeit und ich ziehe in die hauptstadt das essen ist aber echt gut wachen holt mein vorkost da sagt ihm dass er scheiße ist die ist ja freundlich ach also ich kann da ich kann da sehr relatend ihr hört ein lautes scrollen und schallendes gelächter hh 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 die mächte des bösen was wir wollen wir müssen da irgendwie rein was läuft er denn hier so im zickzack hör doch auf geht's schicksal soll ich bringen das war eine kluge angeschwäbe die geschnitzte tür zum graf des dragonlords zerbroffelt das wiedererweckungsritual hat begonnen aber wollen wir dann das erweckungsritual in der nächsten folge zeigen oh das ist eine absolut fantastische idee werter herr hinkelstein ja dann bedanke ich mich bei euch allen für das dabei sein und sagt mal bis zur nächsten folge tschau tschüss tschüss